Hallo und herzlich willkommen zu einem 101 Let's Battle gegen den Geo Air Lopo Das ist jetzt ziemlich spontan aufgenommen Und jetzt gehts los in Counter-Strike-Stores Du darfst noch was sagen Ich komm gerade mit erstaunen, ist nicht klar, Mann Oh ja Du bist so gut für die Horde, Jo Wo bist du denn? Feindlich Ich hör dich Ich hör so Schritte OH NEE UAH GASCHIN BITS GASCHIN Oh shit Kann ich mir schon was kaufen? Nein Doch kann ich Okay, dann mal los Kevlar, Helm Und Ne Waffe Ich höre deinen Reißverschluss Ha! Geiii! Du hast nicht gesehen oder? Nein! Ich möchte übrigens mal so anmerken, dass das Noob Battle auf höchstem Niveau ist Huuuuh Warte Warum sprüntet der nicht, Alter Ja, warum sprüntet der nicht in Counter-Strike nicht? Wuuup 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 Na mal raus, Chizzle Nöö Na los Na los Na los Wuuuuh 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 Komm wenn's Messer kommt Okay Messer kommt RASIET YO Wir treffen uns da am Tor, okay? Okay Metafall 360 NOSCOPE Pam Was ist jetzt rasiert so richtig krass und so, yo Oooh Kras rasiert, hm? Krass rasiert, hm? Ahhhh Nee, das hab ich das wissen, hm? Wuuump Wuuup Wuuup Man,Bist du ne Bcü Bist ne B robust NOr Scheiße Bitch Ja die Waffe ziehen Warte Was? Ich kann mir einen Dauber von kaufen, wo ich's nur scheiße gemacht hab. Sichern und laden. Scheiße, wie schrotflünte ich mach dich jetzt fertig mit einer schallgelämpften Pistole. Ah fuck, du hast falsche Gewehr gekauft. Shiii... Ich hab' nicht gehört. Glaube ich. Ich hatte dich, ich hatte dich laufen gehört. So. Ohi, auch schon, ey. Bestimmt. Ist bestimmt ein Gebäude drinnen, ne? Nein. Nein, nein. Voll die Paranoia. Warte mal, das ist scheiße hier. Ich brauch mal richtigen Untergrund. WTF? Kann ich mir ne UAV kaufen, so? Welker? Si, wer fliegest hier? Hoffentlich stigst du? Stimmt, nee, ich steige dich. Wof! Gewehr nicht, die VSC! Wof ihr, was ihr? Wof ihr eigentlich geheilt? Wof du Gesetz яexist? Ah, ich häng an der Leiter fest! Ja, ich häng an der Leiter fest. I'm lost, I'm with you! Hä, Tessl? Hä, I don't know! Holy fuck! Geil, es ist ne Geisel-Rettungs-Mission, ich hab grad drei Geiseln von vier gerettet. Hä, wo sind sie hin? Hä, was? Vor allem ist hier so ein paar Beine! Hä? Was? 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 Da haben sie so zwei andere Leute. Äh, war nah dran. Mir fällt grad so auf, dass die MP5 gar nicht mehr einen Counter-Strike-Matter gab. Schade, war voll die coole Waffe. 1. 3. 2. 4. 3. 4. 4. 4. 5. Wie gesagt, jetzt wird hier ein Loot Battle auf höchstem Niveau! Boah, die Waffen werden sich immer übel, ne? Oh ja, ich gebe jetzt erstmal alle Waffen durch, was habe ich denn noch? Aber die Waffen werden, hoi, hoi, hoi! Kemi! Wollt's tut! K! Was?! Der hat sich vorhin mal geschrolet! Du hast noch 80 Damage gemacht! Und ich habe noch noch 20 Damage gemacht! Ok, dann mal los! Was gibt's denn noch für Waffen? Die gehen doch gerade alle durch. Du kriegst immer Cash nach jeder Runde. Ich hör dich! Ich leg mal die Dings weg, diese dicke Waffe. Ich nehm es mal nur bis das Tode. So richtig schön auf Fußnagel. Ich hab's zu lange von Counter Strike gespielt. Ich hab's gar nicht gespielt. Ich hab's noch nie. Eigentlich macht's Spaß, aber irgendwie sieht es aber leer, seit dem Counter Strike Go raus kam. Und so. 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 Das ist das Unglück, dass ich nicht mit dem Scharfschützengewehr schießen kann. Uh! Nein! 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 Es ist nicht mal vor Autobahn, was ich hab! Hä, what? Ach, ein SG! Ja, ich... Ist voll gut und so. Ich bin jetzt im Nachtsichtmodus. Ich bin jetzt im Nachtsichtmodus. Nachtsicht-Taste drücken, um Nachtsichtbrille einen auszuschalten. Ja, aber was ist denn die Nachtsicht-Taste? Oh, ist ja mir eine Waffe weggeworfen. Hier, deine Nachtsicht-Taste und dann ist das Tor. LeraCraft! Okay, LeraSoft. Warum mach ich eigentlich so schnell Tor? Ich hab das Gefühl irgendwie... Ja, ich mein's auch LeraCraft. Ich hab das Gefühl, dass man woanders fiel. Dass man bei CSGO viel schneller stirbt. Okay, los geht's! Oh, ich hab so oft gespielt. Ich weiß, was auch passiert. Oh Gott. Komm raus, komm! What?! Ey, das ist doch voll unruhig, was hier abgeht. Bist du doch ein Mieter der Schieter, oder? Wer ist denn da? Wo schießt denn eigentlich? Neun, zwei und du hast... Null, elf! Eindlich! Los, los, los! Du weißt schon, dass es auch andere Ausgänge gibt, ne? Nicht nur diesen einen. Gibt's noch her. Hast du grad was in die Luft gejagt? Nein, das war schon so. cuenten. What? Auuut? GPina- prepared. Ich geh jetzt mal die Sniper durch Ich hast gehört Ich hab dich gehört Du Wichser Ich rieche dich Ich rieche dich Nein Du Wichser Oh, der Sniper ist richtig umständig, Alter Ja Der Sniper ist voll gut Ach, hier bin ich Du bist Wichser Du bist Wichser Ich rieche 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 Ich rieche